Was haben wir da getötet? Samma, guck mal seine Videos, das sieht aus wie du. Er hat doch so eine Brille, so Harry Potter. Wow, 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 wow! Nein, aber Chris, ich mein, du bist echt kranker Spieler, ich schwör, du bist echt herftig. Ah, korrekt. Sieht doch ein bisschen aus wie Harry Potter, ne? Er hat die Brille, nicht du. Ja, halt ne runde Brille halt, ne? Ja, ha, 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 ha. Ich will sie mit zurück. Äh, wollen wir zusammenlassen, oder willst du die Lobby allein auf andern nehmen? Ihr sollt zwar mitmachen, würd ich sagen. Achso, ja, okay. Ja, schützt weg. Nein, 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 mein Wach ist leer. Er ist ausgekriegt. Heli, heli, heli. Weg, weg, weg. Oh. Sehr gut. Ich bin nachversprungen. Enemy UAV, hier. Oh, he's got me. Ah, sehr. Ey, Keiner, noch viel, Digger. Wie geht's? Mir geht's gut, Bro. Ich muss ja gerade so am... Ja, es sind zu viele. Bist du am... Bist du am schwitzen? Ja, ich war kurz am schwitzen, aber es waren zu viele. Ey, keine Ahnung. Achso, machst du ja noch Chiller-Modus? Modus? Ja, ja, ja. Ich wollte eigentlich noch ein paar entschwanteren Reverve spielen, aber das ist um die Uhrzeit echt schwer. Weil die Leute hier echt alles geben. Also das Ding ist krank. Ich schwör. Unglaublich. Wir haben auch gerade ein paar Leute, die am Luschan sind im Stream. Das ist glaube ich der, der im Heli ist auch. Ich versuch ein bisschen rum zu... Achso, streamst du gerade ein bisschen? Ach, streamst du gerade? Ja, 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 ja. Achso, okay. Okay, okay. Hast du denn heute offen, haben wir geschafft, oder? Äh, ja, ja. Bis jetzt nur Schwitzer machen? Nee, nee, ging schon. Oh, gut. Oh, auf Presen oben ist einer? Ja? Mhm. Ja, das kann auch so sein. Ah, I want to slide down. Soll ich ja eigentlich, bitte. Pressen, Digga. Aber ich bin rum und ich hab diese Waffe geblieben. Das war aber nix. 800 abhegen, was, Digga? Bro, wie kann ich wieder gewonshottet werden von dieser Scheiße? Er ist unten bei den Luschen. Wie one-shottet mich das? What? Oh, mehr, oder? Äh, ja, der ist immer noch... Der ist, äh... Irgendwo da unten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier liegt doch einer. Was? Nein, da ist noch einer rein. Nur noch neun Schuss. Ja, hier ist einer reingelockt. Weil ich bin nicht... Geh rein. Äh, fehl dir, fehl bei mir. Alter, komm mal. Alter, komm mal. Alter, der kam so schnell noch. Oh, ey. Was ist hier nur los in diesen Lobbies. Ey, das Ding ist, ich hab mich echt... ... wenn wir in deine Lobby hingekommen wurden. Oh, ja, das ist ne gute Frage. Wir sind ja, wir sind nicht mal so in den Schwitter. Uhhh, oh. 3 Mann. Hot. Mein Gott, ich hab nur ge-chokt. Oh mein Gott, ey, ich hab doch nicht ge-chokt. Oh mein Gott, ey, ich hab doch nicht ge-chokt. Oh mein Gott. Hey, ich hab doch nicht ge-chokt. Das war's jetzt aber, ich hab keine Dinsen und keine Platten, keine Muni in der Waffe. Er ist aber One-Shot und er hat eine Loadout, ich hab ihm fast einen Chaper noch gegeben. Der Loadout ist jetzt da, vielleicht sollen wir gleich mal Loadout tryen. Weiß ich ob es safe ist aber. Kann man versuchen, let's go. Oh, Patient 0 am Leben bleiben kurz, nicht runter gehen, das sind... Probier mal Loadout. Oh, da lag ich grad schon welche. Oh, das ist schwierig. Schwierig, ne? Let's go for it. Das ist ja gar nicht mein Loadout, wo ist denn mein Loadout? Hier ist die. Schwierig, schwierig. Ich hab ihn sehr gut. Kann man Loadout versuchen? Ja jetzt ist es glaube ich safe. Ich hab keinen Aimassist hier. Nice. Schön. Ich glaub jetzt haben wir Loadout gekleert. Ihr müsst einfach da cammen, die landen da eh eh. Vielleicht nochmal. Nice. Ich muss nur von Prissen aufpassen, ich glaub da sind noch ein paar. Ja, ja, ja. Boah ihr habt Loadout aber ich komme eher an meine Waffe. Wie sie. Na ja, die schießen von Prissen nicht. Ja. Er kommt von hinten los, oder? Ich geh mal hier außen mal. Immer Richtung Controller. Ich bin safe. Ich wurde gesnipet von Control. Ich glaub die pushen aber. Gleich gucken. Von Control gesnipet. Okay. Zuited. Ja der Hund der Kommand-Schliff-Crack. Heißt, schön. Richtig. Da sind noch welche. Müssen jetzt gucken, schwierig. Schwierig, ne? Wie kann die anderen überhaupt nicht? Wir würd' eigentlich sogar sagen, dass er einfach hier versuchen rüber zu pissen. was gerade gelabert wirklich irgendwas hat er gerade gesagt er trägt nach Sprache, halt je nicht, wird er so da schießt er ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben, ja hier ist auch ein bisschen Loot noch, weil ich jetzt brauche Uni und so, Control sind auch welche Enders go down und deine Mates sind in dem Haus hier Jungs Airstrike, Airstrike aufs Dach Nein, der ist doch hier Einer, 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 Warte ich habe den geradeaus also ich habe ja nur standardpads aber ich habe gerade aber ich habe ihn gedauern oh mein gott ich habe ihn auch gedauern hier ist auch kein self muss man mich tippen hinter mir hinter mir nein müssen wir gucken übrige rotation er ist hier vor mir ja jetzt ruhig ja zwei fullteams noch nehmen wir im bound vielleicht können wir den ich schließe oben auf den grünen haus in diese lupe da wenn man kreppen runter geht ein team ist auch noch hier unten irgendwo da ich glaube rechts von uns unten auf jeden fall grüne haus ja ja ein team ist da unten könnt ihr zu mir kommen könnt ihr zu mir kommen ja ja wir sind hier wo sind ihm seine mates sind wohl nicht angezeigt also da bei dinks da vorne einer ist da einer ist die sind kapuch da ist gedauern einer ist bei den zelten noch hinten einer wurde gekauft ja ich warte auf das das hausland brauchen wer ist hier mein grau steigt ich wurde gesniped ich habe ihn nicht gesehen irgendwo von unten dankeschön pass auf der landet vielleicht ja der landet auf uns der landet auf uns einer kommt noch von unten hoch jungs also von unten irgendwo der hat mich gesniped müsste da irgendwo sein bei ich kenne mal her schlack das das dinkes im grünen haus sind noch welche ja ja die sehe ich grad oh der ist unten hinter schwierig ich gehe mal hier nach unten pass auf jungs cluster nein im grünen haus im grünen haus warte pain ist hier einer? bei 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 ja die sind da unheimlich ich bin mir wackert mit Auto hier nein im grünen haus sind noch zwei bei dem bei 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 Wer snipet mich wie der letzte Mensch auf der Erde, snipet mich. Aber GG, das gespielt. GG, Jungs, gute Runde. Trotz Ritz, ganze Lobby war, glaube ich, deutsch. Wie lange sind wir noch? Ich mache jetzt aus, glaube ich, war meine letzte Runde, weil wir schon spät. Auf jeden Fall. Dann gute Nacht, Jungs. Schönes Weekend. Man hört sich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschau, tschau. Das erklärt so einiges. So, Neustart, aber ganz schnell. Guck mal. Was für Lobby ist es? Seid da! Digga! Aus Pöttingen hier! Was? Alter. Ihr aus Pöttingen sind noch mit dir in der Lobby, da schickt mich. Ja, ich gehe jetzt auf, Jungs. Jetzt seid ihr wieder unter euch. GG's. Macht's gut. Tschau. Tschau Gott! Tschau, tschau. Schaut, vorst du vespert mich auf jeden Fall? Untertitelung des ZDF, 2020